Hallo, herzlich willkommen in meinem kleinen Atelier. Endlich ist es wieder soweit. Schaumhuger Künstler öffnen ihre Ateliers am nächsten Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Und ich bin natürlich wieder dabei. Es ist alles vorbereitet. Kommt rein, ich zeige euch, was euch erwartet. Und hier draußen kann man auch einige Stühle ersteigern. Wie, das war euch zu schnell? Ach, das tut mir echt leid. Dann kommt doch mal am Wochenende vorbei und wir gehen das alles nochmal in Ruhe richtig durch. Bis dann!